hallo ich meine freunde damit herzlich willkommen wieder zurück zur ls 17 auf dem auf der alberta norton alberta zusammen mit dem berne hallo guten tag und dem sachsen sb guten tag wunderschön das hilo ist fertig ja wir haben jetzt glaube ich zwei tage vorgespielt bezwungenermaßen zwei tage und es ist vor und es sind mal bei 1,3 millionen bei uns sollte mich noch die überlade geschwindigkeit interessieren bombastisch ja gut soll ich auch noch hinkaufen ich glaube das wäre besser ja eben oder ja wir müssen mal gucken vielleicht haben auch zuschauer einen vorschlag für ein mod es hat nämlich im 15er auf alle fälle einen mega großen überladewagen geben selbstfahrer aber ich glaube für den 17er gibt es den noch nicht der war auch mit dieser mit diesem rüssel also mit dieser fräse vorne hatte aber hinten drei achsen dran der war riesengroß da ist schön vor der gemisch für tausend kühe ich bin erwähnt war schon mal bewusst dass die christin 40 km h fährt das ist nicht schlecht ne also schon so gedacht bei 15 oder 20 km h bleibt da stehen aber das war noch das softgas aber als wir gerade einfällt das hast du sicherlich noch also breaking news ist das schon gar nicht mehr als wenn ihr seht aber youtube technisch halt kuchen tv gegen news time habe ich ist schon länger her kam heute also am offnahmetag raus nee dann habe ich nicht gesehen also es gab ja jetzt schon länger bild bief zwischen den parteien da ja und erst hat jf wird kennedy da das ist ein 14 jähriger meinungsblogger da also man kann eigentlich fast sagen julians blog mit 15 jahren aber nur stadt vor von dem kind und stimme wie ein kind kann man davon halten was man will mir das ist ja leider da das ein video gegen news time gemacht und daher wo irgendwie einiges ausgelassen hat kuchen dann auch noch mal eins gemacht und so gab aber also jetzt also ich weiß nicht ob es jetzt mittlerweile schon eine antwort gab aber zum aufnahmezeitpunkt wuchs der zeit weiß ich davon noch nichts aber bin gespannt da müsste es eigentlich eigentlich müsste es dann reaktion darauf gegeben haben bin ich gespannt aber wenn du es noch nicht gesehen hast naja gut dann könntest du ja wenn du irgendwann mal zeit hast nachholen ja natürlich das wegen das wegen ansonsten so breaking ist auf youtube da stand momentan echt nichts nicht dass ich irgendwie in der welt passiert halt viel das ist ganz klar ja aber die themen dürfen wir nicht ansprechen weil sonst wird das video als nicht werbefreundlich markiert ohne witz ganz kurz ich habe gedacht das ist ein spaß von dir dieses nicht werbefreundlich ich habe jetzt ein video haben sie mir jetzt rausgestrichen nicht werbefreundlich weißt du warum weil ich auf der hofbergmann in der kaltmine war und das nur ein weißer hintergrund war am thumbnail deswegen haben sie mir das rausgestrichen aber gedacht alles klar läuft bei euch ja war das wirklich die begründung aus der e mail weil du kriegst eine e mail ja 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 da stand hin verwirrende thumbnail nur einfärblich da war drei viertel war die grube zu sehen und die behalt weiß was soll ich machen weißt du das ist nicht werbefreundlich das ist immer noch in der prüfung ich habe dagegen aber wie gesagt nee guck das noch mal an das ist jetzt weiß ich nicht eine woche her ist immer noch in prüfung weißt du da sehe ich nie wieder was von ist mir jetzt aber auch egal aber haben wir gedacht alter das kann doch nicht sein wegen im weißen hintergrund das ist natürlich auch nicht verkehrt also das wüsste das wüsste ich jetzt gar nicht ich weiß dass die als wenn du wenn du ein thema ansprichst also keine werbefreundlichen themen sei es jetzt wenn du über tragische ereignisse kriegst oder sonst was halt selbst wenn du nur drüber also wenn du was sagst denn wenn es irgendwie vorkommt muss ja nicht mal bilder davon zeigen sagt youtube schon ist nicht ja aber youtube kann sich doch nicht jedes video gucken oder das macht ein algorithmus ach du schade wenn du irgendwas im titel schreibst in den text in der video beschreibung was irgendwie ansatzweise da also was wir sehen lefoyte berichtet über über den aktuellen anschlag lefoyte berichtet über ein ein erlebnis in england was werbefreundlich nicht ist aber auch nicht explizit genannt wurde und faktisch natürlich in den titel weil er halt auch irgendwo darüber berichtet dann kann sein dass der youtube halt ankommt und durch also der algorithmus und dank den text dann oder halt durch den titel sagt alles klar ist nicht werbefreundlich tschüss was machst du da vorne eigentlich das sieht bekloppt aus wie es ist ne es sieht bekloppt aus wie es überhaupt ist heute haben wir sie da ja das definitiv weg und aber nö das war kein scherz das ist das ist zeit zeit mittel letztes jahr bei dir auch schon was gewesen ne gar nichts ich bin scheinbar sehr werbefreundlich sehr schön was mich da zwar manchmal selber sehr wundert aber vielleicht kann auch einfach der algorithmus die wörter nicht erkennen die eigentlich schädlich werden weil du so im dialekt spricht das kann sein das wäre ja geil das kann natürlich sein das war kein schatz naja gut wegen weißen hintergrund ja aber ja klar wie gesagt weltgeschehen ist fast viel aber kann man halt nicht machen weil das youtube nicht mag also youtube technisch ist dieser komische trend mit diesen fidget spinnen ist auch komplett an dir vorbeigegangen habe ich nicht verstanden habe ich nicht also ehrlich nicht das war auch der erste moment wo ich das so gehört habe das ist ein trend und ganz neu da habe ich mir echt gedacht alter jetzt wirst du alt das ist sowieso scheißegal wie sonst nichts oder gedacht ne wirklich nicht ich hab's auch nicht weiß ich habe das gesehen und gedacht irgendwann hieß es aber so ja das ist voll trendy vor drei jahren vor drei jahren vor allen dingen vor drei monaten amilang so ein halb gekriegt jetzt hat auch in deutschland gut das habe ich dann auch mitgekriegt weil fidget spinner in gta 5 fidget spinner in minecraft nachgebaut julien beim fidget finger der film die zehn krasseste lifehacks mit fidget spinner ultra brutale fidget spinner das hat er mit seinen fidget spinner gemacht die unglaubliche geschichte also wird halt natürlich alles ne ans maximum ausgeschlachtet wie es nur geht ist ganz klar und irgendwie die lehrer bedanken sich wo auch weil das natürlich jedes kitty jetzt mittlerweile in der schule hat und die dinger ultra laut sind oder irgendwie sowas in der art und gar nicht den unterricht stören muss man denken naja wie am lehrer weißt du wie ich es ausgefunden habe durch durch alexi bexy weil sie mir sein video angeguckt habe zu elgato streaming deck da ich heißt das und da hat das und ding genutzt naja genau das stimmt das stimmt ja was denn jetzt ja der trigger ist ein bisschen scheiß gesetzt er zeigt es mir ja an aber spukten der aus auf der seite ja ja das ist schon richtig warum entlehrt das hier nicht das hinten das ist doch die klappe ja du musst ein bisschen weiter weg bleiben so ein paar zentimeter musste weg bleiben also ich habe einmal hier entladen oder einmal hier entladen ja das sieht gut aus so jetzt lass ich mal kann ich das mit dem radlader machen hier vielleicht dieses ganze sauberkeits zeug weg schieben oder muss ich das echt eine schaufel holen gehen hatten wir eine schaufel für den radlader nene ist die schäfte schnelle nicht kann aber trotz allem sein alter wie viel mist wir schon haben ja 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 gut ganz ehrlich der neue miststreuer 70.000 kapazität kannst du immer voll machen und das war's dann ja gut ja wir brauchen eine schaufel verdammt ich fahr ganz fix eine schaufel holen ja klar ach jetzt sehe ich auch dieses unreife zeug was ich in den seiten verklemmt hat so irgendjemand hat die vorwärtszugestaltung ausgemacht ich weiß nicht wer es war ja habe ich auch gehört es gibt immer noch leute die das nutzen ja das richtig die haben immer noch spaß dran weiß ich nicht warum ja gut für das legenrad mag es ja auch ding sein für das autor finde ich scheiße ja klar da irgendwie fährt hier alles 43 der große radlader für 43 der kleine teleskoplader für 43 der ähm silo künfer 43 läuft läuft äh ist nicht durch ja da tuckern wir mal hoch ne ach Gott müde etwas das pfingstwochenende war anstrengend wieso ja hier familienbesuch und hier und da hast du nicht gesehen ach so die feiertagen sind bei dir und muss ihr familiendings oder ja zwangsläufig ne kannst du nicht sagen nee ich hab keinen bock das geht halt schwierig zumindest sind sie nicht mehr so flüssig wie früher ist auch schon was Hm so komm na komm ein menschens Dont die down die Maschine läuft mittlerweile ko ko chir es Ich habe mir auch tatsächlich überlegt, die Straße etwas breiter zu machen, aber das würde den Rahmen komplett sprengen. Also Straßenverweiterung, das dauert ewig. Also ja, läuft das Ganze wenigstens ja, der Trigger ist echt bescheinend. Ja, ja. Wir können das auch mal mit der Schaufel reinballern, ist ja kein Problem, weißt du? Ja, ja, ja. Je nachdem, wie man es halt liefer haben möchte. Ah, Gramm! Ja, gut, ich glaube, die Schaufel transportiert mit einer großen 6000, das Ding transportiert ja schon 16.000. Ah ja, gut, dann haben wir einen Sieger. Selbst die größte Schaufel, die ich bis jetzt einmal gesehen habe, ist es so eine mit 10.000. Was ich mir vorstelle, also, ne, weil Giants das ja 1 zu 1 umrechnet, eine 10 Tonne in der Schaufel. Ja, aber Giants rechnet ja immer noch in Liter, glaube ich, ne? Ja, ja, naja, bei denen, ja, aber im Endeffekt ist ja die, 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 die Milchmädchenrechnung bei Giants ein Liter, eine Tonne. Ach, okay. Also, wenn du 42.000 oder 46.000 Liter hast, dann hast du das irgendwie 46 Tonnen irgendwie für die. Ich weiß, das ist, ne, weil viele sagen, das ist ein Liter und dieses Gitter nur mit Wasser. Ich sage, jetzt sage ich immer wieder, ja, 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 aber Giants rechnet das halt so. Weil, äh, der Preis, den du ja für, für Dings halt kriegst, weil der, der wird ja nur irgendwo angegeben, ne, 349 Euro, ja, pro Liter oder dann pro Tonne, weil pro Liter ist ja ja noch ein größerer Schwachsinn. Ja. Also, rechnest du es, wer zahlt denn dir für jeden Liter Weizen 349 Euro? Also, die Preise, die angegeben sind, sind pro 100, nee, pro 1.000 Liter, so ist es. Also, pro Tonne. Ja. Ja, wenn du das halt, ja, dann rechnest du es halt einfach in Tonne, dann macht es schon irgendwo, keine Ahnung, ein bisschen mehr Sinn. Vielleicht kriegen sie ja mit dem 19er hin, das dann ordentlich zu machen, oder ist es nicht? Ich habe gehört, für den 19er soll es eine richtig krasse Neuerung geben. Kennst du vielleicht diesen Seasons-Mod, den es für den 17er gibt? Die Jahreszeiten? Ja. Ja. Das soll wohl in den 19er reinkommen. Standard, okay. Anscheinend. Wurde, wird gemunkelt. Mhm. Wir haben es halt, weil wir den Mörder übernommen, ne? Ja. Oder vielleicht haben sie den Morde übernommen, ich weiß es nicht. Oder Morde übernommen, wenn es von beiden, ja. Das kann halt hier auch sein, aber ne. Ich meine, es gibt ja einen Workshop auf der Farbenkunde, was muss unbedingt den 19er rein? Das Problem ist, da findet halt Sonntag, Sonntag als letzter Programmpunkt statt. Ja. Also ich sprich da, wo 80% der Leute schon mal auf dem Hemweg sind. Aber sie können sagen, sie können sagen, sie haben die Community gefragt, weißt du? Äh. Stell ich einfach Pappaufsteller hin, oder weißt du, ich mach da so ein Diktiergerät, sprich das ein. Wenn der Workshop ist, einfach abspielen. Müssen sie mal dadurch fragen. Ich glaube, der hat da Erfahrung mit Pappaufstellern. Ich hab mich ja auch schon danach umgeguckt, ne. Ich wollte ja unbedingt wissen, weil ich hab ihn gefragt, woher hat der das Ding? Weil woher kriegst du einen Merkel-Pappaufsteller? Weiß ich nicht. Und er meinte, du einfach bei Amazon. Ich geb so bei Amazon einen Pappaufsteller, zack. Da gibt's alles, alter. Ich hab mir schon über... Das Problem ist, die Kosten zwischen 35 und 40 Euro pro Stück. Okay. Je nachdem, was sie für eine Größe haben. Also er hat Lebensgröße, also bist du so bei 40 Euro. Und, ähm. So, dort gibt's alles. Ne, also. Äh, äh, Jennifer Lopez, ne. Chewbacca, ist ganz klar. Ne, Darth Vader, Emma Watson, gibt's auch. Ja. Ganz klar. Aber, ähm, was ich da noch gemerkt habe, die Merkel in mehreren Ausführungen. Und, ähm, was ich aber gesehen habe, hab ich mir gedacht hatte, das müsste ich eigentlich alleine als Gegenpart zu ihm nehmen. Das Problem ist noch, ich will keine 80 Euro dafür ausgeben. Heiko und Roman Lochmann. Ernsthaft? Ernsthaft. Die gibt's als Pappaufsteller, alter. Heiko und Roman. Leider nicht im Doppelpack halt, leider nur einzeln, ne. Aber, also ich habe gedacht, die müssen wir doch in die Bude stellen, die zwei Klapskäppe. Aber für 80 Euro weiß ich irgendwie nicht, ne. Ich hatte auch noch irgendwie was anderes gefunden. Das war eigentlich auch ganz, ganz lustig. Ich wüsste nicht mehr, was das war. Ich glaube, war das Gabriel oder so? Nur noch so einen Dicken in der Bude haben. Das ist ja so, den kennst du nicht, das ist er von uns von da. Ja, ich kenne ihn schon. Ach, kennst du schon? Ja, SPD, Fritzi halt. Ähm, ha. Ich glaube, den noch oder so. Ich weiß sogar, irgendwas hat schon noch gesehen, was ich der am liebsten fand, aber die Preise haben mich dann doch abgeschreckt. Ja, glaube ich. Ne, das ist ja, das wäre eh ein Medium Skin wäre das. Ja. Ne, oder zwei, oder zwei Medium Skins. Weißt du, hast du die Loris doch wieder, Alter. Dann kommt dich deine Mutter immer im Monat oder im halben Jahr immer besuchen, weißt du, und watsch, was ist denn das für Klapskäppe hier? Musst du dir da mal erklären, warum du dann hier zwei Papierkonten von den Loris doch immer hast. Ja. Für die Werbefreundlichkeit. Richtig, das wäre wiederum Werbefreundlich. Ja, siehst du. Battle hast du dir auch noch nicht angeguckt, 4,5,4, oder? Äh, war das heute? Heute, ja, zum Aufmerksamkeit. Da, wo du wieder reingelackt hast? Richtig. Ja, habe ich geguckt, ja. Ah, okay. Ja, gut. Das fünfte ist auch schon aufgenommen, weil er im Urlaub jetzt ist. Ah, okay. So. Ich will nicht spoilern, das dich überraschen. Wir sind erst mal fertig. Wir sind erst mal fertig. Freunde, Däumchen da... Hast du anbauen gehört? Ne, ich glaube, du warst das. Passt schon. Ah, Däumchen da lassen, nicht vergessen. Bei André, genau, bei André, bei Werner vorbeischauen. Und dann dementsprechend bis zum nächsten Mal. Tschüß. Tschüss. Tschüß. Tschüß. Tschüß.